Musik Du ziehst es noch etwas raus, dann ziehst du es bis in die Spitze und dann so. Sonst gibt es nur so etwas Bückte rein. Du kannst immer hier so schauen. Wenn es die Warme hüchte, kannst du das so flippen und so lösen. Du ziehst es so und ziehst es gerade so raus. Dann ziehst du es so entgegen. Dann nimmst du es so. Du hast auch einen nähen Ansatz. Dann hast du das ganze Hohr so nah. Du kannst es zusammendrücken. Du wirst schnell ein wenig warten, nicht auch zu lassen. Zudem drücken. Ganz gut. Wir schauen, ob es geht. Wir müssen es mit einem anderen Hohen nehmen. Dann ziehst du es. Du kannst es gut sehen. Hier. Ich habe die Hohen mit dem Wälder. Sie sind nicht vor dir rum. Aber schön, wenn du es dort machst. Ja, das ist so. Ich bewege dich. Nein, ich mache das alles. Ich mache es jetzt. Das ist jetzt. Du kannst mal zwei. Ich mache es gleich. Danke. Ich möchte das gleich noch ganz kurz nehmen. Ich habe es nicht so, dass ich hier nicht so. Das ist schlecht. Nehmt hier so etwas. Und dann könnt ihr mit dem Kandil kämen. Und dann könnt ihr mit dem Kandil kämen. Also wir haben ja ein Mal aus dem Kandil. So geht es direkt rein. Das ist so geil. Dann kommt das Kandil einfach raus. Dann kommt das Kandil. Das ist ein Kandil! Norddeutscher Rundfunk 2020 Rundfunk 2020